Schade, das ist zu groß. Okay, ist zu groß. Alles klar, erstmal zum Spa. Hey. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt? Eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Oh, das ist aber eigentlich ein Kompliment, würde ich mal meinen. Damit vielleicht? Hat's für meinen Geschmack. Okay. Ähm. Gehen wir jetzt in die Sauna? Komm schon, in die Sauna. Ach, Kacke. Dieses Gans. Okay, ähm. Was machen wir denn damit? Gerade. Äh, was? Ich will nicht so enden. Die hat mir auch immer. Manu, nicht. Ich muss mich wohl... Schade. Nö. Hey, willst du das hier vielleicht? Äh, was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Dann, ich habe... Okay, wie können wir denn... Ach, Mensch. Haben wir hier jetzt noch was übersehen oder so? Nicht, ne? Ne, und da das Settenfach und so. Mixer vielleicht. Für einen Cock und Ei. Okay, ähm. Wie können wir denn jetzt dieses kleine, süße Vieh? Bräunen? Es geht doch nichts über den Geruch von gegrillter Made. Riesenmade, ja, die ist doch... Hä? Äh, nein. Jetzt ist sie nur... Okay, sie ist immer noch nicht gegrillt. Toll. Ähm... Im Computerkern vielleicht irgendwas machen. Haben wir was Neues? Ne, ne? Ne. Vielleicht müssen wir einfach nur mit ihm reden. Moment. Reden wir mal mit ihm und sagen ihm, er soll doch schon das machen. Oder so. Irgendwie war auf dem Bildschirm vorher mehr los. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gen-Code gelöscht wurde. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Und wo bekomme ich die Tiere her, wenn sie gelöscht worden sind? Äh, du musst es ja nicht sofort machen. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Hurra! Wir haben da oben ja noch ein paar Tiere. Wir haben hier ja noch ein paar Tiere. Hat sich hier nicht... Hä? Ne, ist doch ein Fahrstuhl. Okay. Können wir die Echsenhaut vielleicht hingeben? Wirst du schon mal Echsen haben oder so? Ich hab keine Ahnung. Scanner. Ah, hier ist ein Scanner. Scanner-DNA-Probe. Brrrr. Whiiiip. Erkenne Spezies. Fest Speichelbaran. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Alles klar. Wir haben schon mal eine Datasette. Jetzt noch eine Riesenmade. Ohne mich hier als Gott aufspülen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Ja? Scanner-DNA-Probe. Brrrr. Whiiip. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Hohohohohohohohoho. Du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Schade. Das wär geil. Scanner-DNA-Probe. Brrrr. Keine Spieprobe ist zent... Moah. Du dachtest doch nicht wirklich, dass Monster... Das wär schick. Oh. Oh, schade. Er ist wieder. Und hiermit lässt sich genau. Leg einfach ein bisschen DNA unter den Scanner und... Hui. Ab geht die Luzi. Alles klar. Wir können ja mal... So ein paar... Von den Viechern machen. Wieso wurde er jetzt wieder weggemacht? Ha. Ähm. Gehen wir zur Chill-Out-Zone. Können wir die Datasette in das Fach legen? Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Haha. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Boah. Einfach zerstampft. Kann ich nicht... Kann ich mit dem Wachs irgendwie... Dafür bra... Und? Nein, kann ich nicht. Okay, wir brauchen aber irgendwie... Moment, können wir... Zur Cocktailbar? Und... Das in... Die Äxte da reinpacken? Buh. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutz, Mäsche. Wie jetzt? Ist die Show-Ever schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh. Muss man weniger trinken. Ach man, ey. Hatten wir hier ein Datasettenfach? Nee, ne? Nee. Hier haben wir noch... Hier ein Datasettenfach. Ähm. Okay. Moment. Was muss man hier machen? Kann man das nicht... Irgendwie... Hä, wieso kann ich das nicht... Okay. Da kann ich nichts machen. Okay. Gut, wir brauchen noch irgendwie... Andere Haut. Oder so. Haben wir hier unten noch... Hier hatten wir aber auch kein Datasettenfach, ne? Nee. Nur mehr Chronicle. Den brauchen wir nicht unbedingt. Chill-Out-Zone. Fun-Zone, Habitat-Ring, Ältestenrat. Hatten wir beim Ältestenrat ein Datasettenfach? Nee. Hatten wir nicht. Schade. Ähm, Habitat... Äh, Habitat-Ring. Irgendwie. Hatten wir hier bei dem Terminal? Nee. Nee. Äh, hier drin vielleicht? Nee, hier hatten wir auch kein Datasettenfach, ne? Nee. Mann. Wie bekommen wir denn jetzt die komischen ganzen Sachen? Hier hatten wir nur die beiden. Ja, gut. Äh, Chill-Out-Zone, ja? Wir haben wir nicht mehr. Chill-Out-Zone. Wie bekommen wir denn jetzt... Können wir die vielleicht mit dem Maden anlocken oder so? Dafür brauchen... Nein, du brauchst nur den Finger dafür. Nicht alles. Ich muss mir... Dafür... Und... Hä? Datasette eins. Das sind die... komischen... Dinger. Monster-Bantoffeln? Dafür... Und... Wachs. Als ihm der Sapschküster... Ich will nicht, die hat mehr... Hä? Was sollen wir denn damit machen? Ich will... Jetzt bin ich verwirrt, ey. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Wir haben ja nichts mehr zu tun. Wir können... Ich weiß es nicht. Ob das bereits die Verlockungen des Potentials... Ja, sind es. Ähm. Ach, das ist... Äh... Äh... Hier können wir immer noch nicht rein. Ach, dieses ganze Zeitgereise ist... Können wir doch nicht trotzdem irgendwie... Die Sah... Ach, dieses... Die Sahne ist geflossen. Die Sahne ist geflossen. Die Sahne ist geflossen. Mh... Mh... Schau mal, was ich... Was auch... Ich bin... Oh, es muss warten. Das auch. Aber viel wichtiger... Irgendetwas stimmt mit... Solange diese... Okay. Wie können wir denn noch... Andere Tiere oder so... Oder andere Sachen... Herstellen. Wir haben hier ja nichts mehr. Scanner, Computer... Datasettenfach. Ja, da könnte man eine Datasette reinklatschen. Aber wir haben ja nichts. Also... Ja gut, wir können ganz viel hiervon irgendwie... Herstellen, sag ich mal. Aber... Es geht ja nicht. Gerade hat... Ich will nicht so... Die hat mir auch immer... Alles madig gemacht. Manu, nicht. Ich muss... Ja. Nicht. Manu, nicht. Ich muss mir... Nee. Ich will... Die hat... Mehr können wir nicht machen. Manu, nicht. Ich muss... Wir haben jetzt die 10.000 Spaßpunkte erreicht. Ja gut. Sind da auch die Spaßpunkte... Und... Äh. Dafür... Und... Und die hab ich... Dass ich die Finger... Können wir nochmal... Das liegt aber kein... Du musstet... Und wo bek... Ähm... Es ist... Hurra! Ja gut. Schön. Aber wir können ja nichts machen. Ich hab ja keine Haut oder so. Gar nichts mehr. Ich hab ja nichts. Nichts. Damit stellen wir diese komischen Fiecher her. Ja genau. Können wir die da... Das hätte irgendwie umschreiben oder so. Der Gencode eines amphibischen Kriechtiers. Mit hornigen Patschehändchen. Gelben Schuppen. Und einem garstigen Gemüt. Ohne mich hier als... Aber brauchen wir... Jaa brauchen wir. Ich habe mir geschworen... Nie wieder irgendwelchen Schmufix mit Dataset. Wiewohl... Das eigentlich in einem anderen Zeitstrang war. Nanu... Nicht alles... Oh Mann. Ich weiß nicht was ich machen soll Leute. Ich hab keine Ahnung. Echt nicht. Scheiße. Ich weiß noch nicht ob wir hier irgendwas... Extremität. Das wollen wir runterschrauben. Raus. Haben wir die Datasette? Wieso haben wir die schon wieder? Ich will die Datasette nicht wieder haben. Ich wollte sie eigentlich drin lassen. Äh? Gemüt, Behaarung. Wir können mit denen nichts machen. Irgendwas? Nein. Ich brauche diese Streicheltiere. Mit rechts... Und... Glückwunsch. Hä? Oh so was denn? Ur. Ur. Ein Streiter... ...pped. Ur. Ur. Ich bin grad... Ich mein... Was hab ich... Look for D. Gucke für... Look for D? Gucke nach dem D. Nach D. D. Gucke für D. Gucke für D. Ich bin... Hä? Also, irgendwie... Ich weiß noch nicht, wie ich das gerade... Wie hab ich das gerade beschworen? War das... Oder war das irgendwas... Irgendwie... Weiß ich nicht... Irgendwie... Dafür bra... Und... Dafür... Ich... Ich... Aber... Und... Ich... Weiß nicht... Irgendwie... Irgendwie... Bin ich grad... Weiß ich nicht... Ich... Hä? Bitte! Sonst beenden wir gleich erstmal die Aufnahmesession und ich... Weiß nicht... Teste ein bisschen aufscreen oder so... Weil... Irgendwie müssen wir ja weiterkommen... Aber das geht ja nicht, wenn wir hier... Weiß nicht... Springform ist der Mixer mein Lieblings Küchenutensil... Alle... Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit nur rum... Für einen Cocktail... Und... Rätseln... Ohne dass ihr irgendwie... Was haben wir gemacht? Hm... Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Magen, Matt. Es war irgendwie... Ehhh... Es geht doch nicht... Ehhh... 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 Ok... Wieso hat das funktioniert? Ehhh... Ehhh... Gitt! Das ist ja abscheulich! Da wünsche ich mir... Tja... Der Käse ist la... Bitte verschone meine... Können wir das vielleicht da in die Wurst-Zings-Wurst... Machen? Ja... Ohhhhh... Hmmmm... Neiler Madenwurst! Mhhh... He... hier bitte sehr mit der empfehlung vom chef garmer weißwurst und ich dachte immer die kann unsere küche gar nicht zubereiten immerhin ist die hauptzutat ein streng gehütetes geheimnis und wenn meine vermutung stimmt eines dass man mit ins grab nehmen kann ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden dein plan ist was genau hier so lange sitzen bleiben bis sich das problem von selbst behoben hat ich weiß die aufgabe ist für einen würdenträger eigentlich unzumutbar aber für das wohl meiner untergebenen nämlich diese bürde gerne auf mich soll kann ich noch irgendwas hat die karten neu gemixt und ich habe nicht vor meine trümmen okay moment können wir die pantoffeln rein okay wir haben hier schon mal alles gemacht glaube ich kann ich bleib mir mit ich bin ich bin mir hier im hinn ah heißt das du kommst endlich mit falsch meine rückenhaare müssen erst noch gewachst werden das nicht dein ernst sieh ich so aus als würde ich späße machen zumindest wie etwas ich beim zirkus gesehen habe du wolltest es schnauze das muss so ich glaube ich habe mir bei der prozedur eben einen nerv eingekleppt ich bestehe auf eine weitere massage wenn du mich zum heulen bringen willst gleich hast du es geschafft echt so schnauze das muss dass du ich die in ver es ich du